Ah, den haben wir auch schon mal getötet hier. Gut, wir recyceln mal ein paar Gegner. Wir sind wahrscheinlich eigentlich noch ein bisschen zu nah dran. Er ist weg. Die Magnetsicht könnte helfen. Wir bekommen Besuch. Alle von der Straße in Deckung. Schneller, wir verlieren ihn. Ja. Laufen wir mal hier lang. Scheibenkleister-Dreckswichse. Fuck. Unprofessionell wie ich bin. Irgendwas fressen. Nom nom nom. Mmh. Kontakt. Ein Schützer. Auf dem Dach. In Bewegung. Landieren 2. Ziel 3. Wasser und ein Signal. Schneller. Wir verlieren ihn. Los. Ziel eliminiert. Abschluss bestimmt. Nicht gerade unauffällig. Die Gäden sind... Ist irgendwie gerade ein bisschen doof. Ähm, ja. So. Okay. Jetzt volle Konstellation. Ich krieg das mal geschissen. Tarnung aktiviert. Geh in Position. Gegner. Einfache Schütze. Rechts. Oben auf dem Dach. Dort. Da ein Zeichen. Und ein Zeichen. Schneller. Wir verlieren ihn. Feuer. Einer weniger. Scheiß Kerl, Alter. Wir sind auf dem Weg. Wir sind halt nur überall Gegner. Und das geht mal gar nicht. Gegner erledigt. Sehe noch zwei. Drüben am Gefängsstand. Und was machen Sie? Äh. Sieht doch fast aus. Langsam solltest du wissen, womit es aussieht. Und man ist nicht das erste Mal, dass wir es hören. Liegt natürlich nicht an meiner unfehlbaren Spielerweise. Die ist super. Hat er eine Kerze? Okay. 35 Pros. Geh in Position. Schlaf schön. Da gehört gleich ein bisschen Katzern gegen mich auch hören. Pawel steht mich direkt unter mir. Und die ist schon wieder irgendwie total nervig drauf. Steh, du Affe. Gut. Ach, süß. Er ist weg. Ihr wagnet sich, könnte er helfen. Wir bekommen Besuch. Bin ich. Alle von der Straße in Deckung. Geh in der Position. Na los, kommt schon. Schneller, wir verlieren. Boom, Baby. Ey, willst du mich verarschen entdecken? Wieso entdeckt? Ich war voll leise, du dummes Saupreis, Alter. Es ist doch jetzt nicht dein Ernst, den ganzen Müllz. Nochmal mal. Alter. Da hatte ich gestern auch bei Dark Souls eine schöne Angelegenheit, weißt du? Scheiß schmaler Grat. Und dann hast du da zwei dumme Bogenschützen, die mit Pfeilen, äh, mit, 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 ähm, Schwertern auf dich ballern, weißt du? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann nochmal. Ja, ich bin schon hier. Da haben wir ein Stück Scheiße. Ich sehe noch einen. Unten an diesem Gefächtstand. Ah, Auto. Ja, du? Ja, nun. Na los, geh weiter. Geh, 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 geeh, und dann verlassen wir die Deckung. So. Schnauze jetzt. Leute, es gibt um Viere was zu fressen. Wir haben jetzt gerade mal Dreie. Immer früher werden. Ihr seid nicht mehr zu banging. Wisst ihr das eigentlich langsam? Ziemlich nervtötend. Ja, ja, er ist weg. Magnet ist nicht so, zack, hier. Nein, das ist er nicht. Das sehen wir schon. Ja, machen wir es nochmal. So, jetzt müssen wir noch eine Runde warten, würde ich sagen. Heute Abend wird auch eine scheißlange Nacht, Alter. What the fuck? Ich bin ein siamesischer Zwilling. Ist heute Abend ein WM-Spiel? Ein letztes WM-Spiel? Schneller, wir verlieren. Okay, diesmal haben wir es geschafft. Da geht's. Super, so kurz jetzt mal vor Gewinnen-mäßig. Das Geld ist überwiesen. Ich hole es zurück, wenn ich nicht kriege, was ich will. Ja, ja, sicher, das sagte ich doch schon. Sei doch nicht blöd. Meine Männer stehen bereit, die Ladung zu löschen. Lande den Flieger, wir kümmern uns um den Rest. Ovalon, klingt, als wären die Waffen noch nicht da. Verstanden, Hunter. In der Nähe ist eine Piste. Wir versuchen, Bilder zu bekommen. Was machen wir mit Makara? Kümmern Sie sich um ihn. Besser jetzt als später. In Ordnung, Ovalon. Was machen wir jetzt? Ist der Alarm ausgelöst oder was? Ja, wir haben einen Alarm aufgelöst. Bruder! Genial, wie ich tief in den Hütte zielen kann! Geh, Vorsicht! Was, 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 was passiert, glaube ich. Alter, ey, ich möchte das auch immer so wackeln! Warum wackelt das denn bei mir denn so? Danke! Waren meine Leute alle kein Scheidant oder was? Geh, Schnauze! Geh, Schnauze, mit Sturmgewehr! Jetzt kriegen wir sie! Er geht in Deckung! Auf 3 Uhr! Geh, Schnauze! Träck dich, du Arsch! Geh, Schnauze! Schnauze! POSATERD! innerhalb! HOTTA! UNTERTITELUNG! 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 er ist tot Kontakt direkt raus! Versetzen wir ihn den Kofferstuhl! Stopp! Zieh den Edig! Weg von uns! Na kann ich nicht Lauf in Deckung! Eier weggeballert Sie sind eliminiert Karno ist da Ein Schub aufnehmen Ok Weiter gehts Mach ich Rot euch aus! Checkt die Ausrüstung Na Peppa Ist auch mal da Cool Ich sehe mir gerade Satellitenbilder der Piste an Becarbers Lieferung scheint angekommen zu sein Sie entladen bereits das Material So wenn wir es zum Flugzeug schaffen zeigt uns vielleicht der Flugplan wo es herkommt und wo es hin will Gute Idee Kosek Overlord Hunter ändert das Ziel Wir prüfen was wir aus dem Flieger rausholen können Verstanden Verstanden Tiefmänner nicht leichtsinnig Ok das war eine coole Anweisung Laden Ok mitten bei der Einstieg Das macht keinen Sinn Huch Huch Wie schnell ging das denn jetzt Habe Sicht auf die Piste Habe Sicht auf die Piste Sieht aus als hebt die Kiste gleich an Das werden wir verhindern Ein Sniper wäre wesentlich geschehen Sonst noch was Sonst noch was Markiere 2 Klar zum Feuern Sag mal Das sind 4 Ziele Ziel erledigt Sie sind erledigt Sie haben uns gehört Sie kommt Das kann jetzt mit deinem Ernst sein ey Wenn ich doch draufballe Dann muss ich doch automatisch mitballern oder nicht Die Maschine holt los Sperrfeuer Kästen befählen sie Legt sie lahm Schießt auf den Motor Auf 9 Uhr Achtet auf den Balkon So ein fucking Flugzeug denn Gegenden erledigt Das ist ein Freierpunkt Da ist das unnötig Weissen du potem